Die Person war immer die Person, die geraucht hat und dann plötzlich raucht sie nicht mehr und dann kennt sie sich gar nicht mehr in dieser Identität und das System kennt sie nicht mehr. Wer bin ich denn dann und was ist das? Und wenn dir diese Schichten weggerissen werden und sich das auflöst, womit identifiziere ich mich dann? In der Philosophie, aber auch in der Spiritualität. Es geht um drei Fragen. Herzlich willkommen bei Glückspilz, dein Coaching-Podcast für persönliches Wachstum. Hier lernst du, wie du mit Coaching dir selbst und anderen dabei hilfst, persönlich zu wachsen. Viel Spaß und let's go! Wir schreiben das Jahr 2023, eine wissenschaftlich orientierte Messe in Berlin zum Thema Psychedelika. Und ich bin mit Christoph, meinem heutigen Gesprächspartner, in der Bahn und wir reden miteinander. Und mir fällt auf, dass das war so eine halbe Stunde Zugfahrt, dass es immer leiser um uns herum wurde. Und irgendwann merke ich, dass einfach das ganze Zugabteil uns zuhört über die Themen, über die wir reden. Und das ist nicht einmal passiert, sondern es ist zwei, dreimal auf dieser Konferenz passiert, dass dann teilweise Menschen von außen plötzlich mitgeredet haben und ich dachte, ey Christoph, wir müssen unbedingt einen Podcast machen. Lass uns über diese Themen reden und das Ganze aufzeichnen. Und deswegen freue ich, dass wir heute hier zusammensitzen und über Spiritualität und mentale Gesundheit sprechen werden. Und dementsprechend, schön, dass du hier bist, lieber Christoph. Sag doch mal in der kürzesten Zeit, wer bist du und wie kommt es, dass wir jetzt über Spiritualität und mentale Gesundheit reden? Dankeschön, lieber Mike. Ich erinnere mich auch mit großem Vergnügen an diese Fahrt, die wir hatten. Und tatsächlich war das deswegen wahrscheinlich für die Leute so bewegend, weil es um Kernthemen des Menschseins ging. Und Kernthemen des Menschseins ist das, was ich hauptberuflich mache. Ich arbeite ursprünglich als Arzt auf der Intensivstation, habe mich davon verabschiedet und habe jetzt eine kleine Praxis für Hypnose-Therapie. Und da geht es genau um das, was bewegt Menschen und was macht Schmerzen daraus, seelische oder körperliche. Und wie lässt sich das weiterentwickeln und wie lässt sich das Leben wieder besser gestalten. Und hier sitzen wir zusammen, weil wir uns über deine Akademie kennengelernt haben, ich von dir lernen durfte. Und wir dann irgendwann beschlossen haben, es wäre doch eine schöne Sache, wenn jetzt hier PEG entsteht und wenn Menschen sich mit psychedelischer Therapie oder psychedelischem Coaching in dem Fall auseinandersetzen, dann brauchen die möglicherweise einen Rahmen, der auch ärztlich fürsorglich draufschaut. Und das ist meine Funktion und ich sehe die Leute manchmal im Vorfeld, manchmal nur ihre Daten, um zu helfen, um zu entscheiden, ist das jetzt ein guter Weg oder muss vorher noch optimiert werden, dass es besser funktioniert. Und du hast natürlich auch einen wunderbaren Podcast, Alles ist eins, wo es auch um das Thema Spiritualität geht. Und was ich in den Gesprächen mit dir immer so wertschätze, ist, dass wir auf einer sehr rationalen Ebene miteinander reden, über Themen, die eigentlich sehr über die Ratio hinausgehen. Aber das erdet total und macht manches, was irgendwie gar nicht greifbar ist, für viele Menschen anfassbar und gibt so ein bisschen Orientierung. Und wir haben jetzt für die heutige Folge Spiritualität ausgesucht, weil es einfach auch Studienhinweise gibt, dass Spiritualität ganz schön hilfreich für den Menschen sein kann und auch unheimliches Potenzial für Gesundheit hat. Und gerade, du hast PECK erwähnt, da arbeiten wir zusammen. PECK ist Psychedelic Assisted Emotion Coaching, das machen wir hier in den Niederlanden. Und ein Ding, was häufig passiert, ist, dass Menschen einen tieferen Zugang zur Spiritualität entwickeln. Es ist spannend, dass es zum Beispiel Studien gibt, die zeigen, dass Mütter eine um 80 Prozent reduzierte Depressionswahrscheinlichkeit haben, wenn sie einen starken persönlichen Glauben an etwas Größeres haben, was quasi damals in dieser Untersuchung die Definition von Spiritualität war. Und dass deren Kinder nach einem Zeitraum von zehn Jahren nochmal 75 Prozent geringere Depressionswahrscheinlichkeit hatten. Und als ich dieses Studienergebnis gelesen habe, habe ich gedacht, wow, das ist eine ganze Menge. Und ich stelle mir dann immer die Frage, okay, wie sähe denn eine Zukunft aus, wo wir eine gesunde, angemessene Spiritualität entwickelt haben, ohne in so ein Dogma zu verfallen. Und ich glaube, dafür braucht es eben auch diese rationale Konversation. Und ja, wir haben uns so ein paar Zitate zurechtgelegt, die wir zwischendurch rausziehen werden, wenn wir merken, wir brauchen ein bisschen Inspiration. Und gucken mal, ob wir die Bahnatmosphäre und unsere Gespräche hier in diesen Podcast übertragen kriegen. Unbedingt. Dankeschön, dass du gleich endlich auf Mütter sprichst. Ich möchte ja auch nochmal zu Kindern sagen und ich habe kürzlich ein Interview geführt mit Jennifer Cessack und sie hat ein großartiges Buch, The Psilocybin Handbook for Women geschrieben, wo es um die Frauenspezifika der Psilocybin-Einnahme geht. Aber sie schreibt da auch ein ganzes Kapitel über Conscious Parenting. Was bedeutet es denn, das bewusst in die Elternrolle reinzugehen und wie kann da möglicherweise zum Beispiel Psilocybin helfen? Weil es genau andockt und Eltern werden und Eltern sein, das ist eine ganz spirituelle Aufgabe. Da geht es um Generativität. Also was trage ich in eine Generation, die leben wird, wenn ich nicht mehr bin? Das ist eine ganz, ganz große Frage. Das bedeutet aber auch, welche Werte möchte ich in mir etablieren? Welche Werte möchte ich weitergeben? Das sind wichtige Fragen. Und es gibt in der Kinderheilkunde oder Kinderpsychiatrie gibt es den Begriff der ACES, das sind Adverse Childhood Experiences. Da gibt es ganz viele. Und wenn du mehr als vier hast, dann ist die Chance extrem hoch, dass deine Kinder auch mehr als vier haben werden. Da gehört dazu, Elternrauschkrankheit oder Suchtkrankheit, Eltern im Knast, Eltern getrennt oder du hast Gewalt erfahren als Kind. Alles das sind ACES und die können sich ansammeln. Und das kann unterbrochen werden durch Conscious Parenting. Dieser Zyklus, dass sich das immer wiederholt, das kann unterbrochen werden dadurch, dass man sich mit dieser Aufgabe auseinandersetzt und diesem spirituellen Aspekt dabei. Dazu muss aber nicht gesagt werden, hier, du hast jetzt eine spirituelle Reise vor dir, jetzt machen wir dieses und jenes und dann, wenn du zurückkommst, bist du geläutert und es wird gut. Sondern es kann auch mit ganz handhabbaren Methoden, also zum Beispiel mit der Pädagogik für Familien, daran gearbeitet werden, dass es ein bewusstes Elternsein gibt. Und das ist auch eine Down-to-Earth-Spiritualität. Das ist ganz wichtig. Ich kann auch nicht den ganzen Tag meditieren, aber mir nie Gedanken machen über meine Steuererklärung. Also ich brauche beides. Ich muss eben das auch im Hier und Jetzt hinbringen. Und für manche reicht es völlig aus, im Hier und Jetzt was zu machen und dadurch ändert sich natürlich irgendwas spirituell. Das ist aber nicht wichtig. Und ich glaube, das ist bedeutsam, das im Vorfeld zu machen. Wir werden hier natürlich über Sachen reden, die auch von esoterisch angehauchten Menschen besprochen werden. Das heißt aber nicht, dass der einzige Zugang zu Spirituellität die Esoterik ist, sondern dass das einer ist und es gibt noch ganz viele andere und die sind alle sehr, sehr bedeutsam und alle sehr gleichwertig. Du hast diese Studie angesprochen, ACES. Und ich fasse das einfach nochmal kurz zusammen. Das ist eine Studie, wo untersucht wurde, wie wirken sich frühkindliche Traumata auf das spätere Leben aus. Ja, und auf die Traumata, die deine eigenen Kinder erleben werden. Ja, genau. Und da wurde quasi nachgewiesen, dass eigentlich einer der größten blinden Flecken, die wir quasi haben, dass man sehen kann, okay, Kinder, die früh in einer frühen Zeit mehr, also vier oder mehr traumatische Erfahrungen gemacht haben, quasi emotionale Wunden in sich tragen, früh in ihrem Leben. Dass sich das später auswirkt, dass die Depressionswahrscheinlichkeit, glaube ich, verdoppelt ist, dass irgendwie Suchtmittelmissbrauch und so weiter dann erhöht ist die Wahrscheinlichkeit. Dass das alles Verbindungen hat, aber kaum darauf eingegangen wird, wenn wir über medizinische Behandlungen sprechen oder auch zum Beispiel, wenn man jetzt über Coaching und so weiter spricht, weil das einfach eine Prägung fürs Leben ist. Und ich glaube, wenn wir jetzt mal den Bogen wieder zurück zur Spiritualität bringen, es geht ja häufig darum, einen Sinn daraus zu ziehen, dass ich einen tieferen Sinn irgendwie empfinde und dadurch auch irgendwie eine Verbundenheit entwickeln kann und aus dieser, ich sag mal, emotionalen Wunde Sinn ziehe und die für meinen Wachstum nutzen kann. So, und das ist nämlich total spannend, weil es gibt auch Studien, die zeigen, dass je nach Lebensalter die Depressionswahrscheinlichkeit erhöht war bei zum Beispiel, ich glaube, das waren Teenager, die eine starke Spiritualität hatten. Und die Schlussfolgerung, die man quasi daraus gezogen hat oder die, die ich daraus gelesen habe, war, dass Spiritualität vor allen Dingen nach schweren Zeiten hilft, emotional stabiler zu werden, um nicht immer wieder reinzufallen. Und das ist für mich genau dieser Punkt. Es gibt ja dieses posttraumatische Wachstum und ich würde jetzt gar nicht unbedingt ausschließlich von Traumata sprechen, sondern von, ich sag mal, dass man aus den emotionalen Wunden, die man erlebt hat, einen tieferen Sinn zieht und den irgendwie findet in sich selber und daraus quasi den eigenen Wachstum ziehen kann und dadurch eine höhere emotionale Resilienz zieht. So, das ist, glaube ich, etwas, wo wir uns so ein bisschen drauf einigen können. Ja, das sind Sachen, wie Viktor Frankl sie auch beschrieben hat, die Suche des Menschen nach Sinn, der ja als Psychotherapeut im KZ überlebt hat und geguckt hat, wie kann ich denn hier drin, in dem Grauen, was ich erlebe, einen Sinn von meinem Leben ableiten. Ich muss sagen, wenn der das geschafft hat, dann können wir mit den Sachen, die wir in den Kindern erlebt haben, denke ich, umgehen und können da drin auch Sinn finden. Was ist denn Spiritualität? Ist es Sinn? Ist es Verbundenheit? Alles ist eins? Das ist eine wirklich gute Frage. Wir haben, lass uns doch vielleicht auf unsere kleinen Zettel gehen. Nachdem es so viele verschiedene Herangehensweisen gibt zur Spiritualität, haben wir im Vorfeld uns Lose gesucht und jeder von uns hat einen kleinen Lostopf, aus dem wir einen Punkt zum Reindroppen ins Thema rausziehen können. Schnick, schack, schnuck, wer zieht? Oh, du darfst. Du bist der Host, du darfst. Bitteschön. Okay, was haben wir? Oho, oho, dann kommen wir auf die Heldenreise. Also wir haben uns ein paar Zitate rausgesucht und haben gesagt, wir ziehen die mal. Der Held irrt umher, der Held leidet, der Held kehrt zurück. Der Held irrt umher, der Held leidet, der Held kehrt zurück. Joseph Campbell, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es geht im Endeffekt um die Heldenreise und da sind wir eigentlich an einem schönen Punkt, was gerade auch das Thema Spiritualität immer mit sich bringt, dass es immer eine Art Wachstumsreise ist, wo man ein Abenteuer angeht, wo man durch Schmerz geht, im besten Falle daraus den Sinn zieht und das Ganze dann in das eigene Leben integriert. Ich glaube, das ist so ein Zyklus, den wir immer wieder finden können. Also ich fand es super spannend. Du liebst die Heldenreise, damit zu arbeiten. Und ich liebe die Heldenreise auch. Und es ist natürlich total lustig gewesen für mich im Vorfeld zu sehen, dass von dir direkt so zwei oder drei Zitate die Heldenreise kamen. Und ich habe noch nie über Spiritualität im Zusammenhang mit der Heldenreise nachgedacht. Aber 100 Prozent ist natürlich ganz genauso. Also wie du es gerade aber vorliest, kommt für mich ein völlig neuer Aspekt dazu. Und ich möchte dir von dem ersten Guru erzählen, mit dem ich zu tun hatte. Der hieß Guruji Mohan. Und ich war da, als ich noch studiert habe. Und Medizinstudium ist ja wirklich sehr, sehr physisch orientiert, sehr materialistisch im Sinn von es gibt eine Materie und die verändert sich und du veränderst die Materie und dann ist man gesund. Lassen wir das mal so da stehen. Das ist eine sehr westliche Sicht auf den Körper und auf das Menschsein und er hat eine gewisse Berechtigung. Meine Tante, die sich dachte, ich könnte interessiert sein, sagt mir also Bescheid hier in Nürnberg, 20 Kilometer weg von Erlangen, wo ich studiert habe, ist der Guru. Und da kommst du mal hin, das ist super für dich. Das ist für Therapeuten und Psychologen. Ja, alles klar, das interessiert mich. Ich lege mich da also hin. Das waren drei Tage. Und am ersten Tag haben wir uns dann zum Meditieren hingelegt und die Hälfte ist eingeschlafen. Da ging es schon los, dass er gesagt hat, if you fall asleep, everything goes directly into your subconsciousness, my friend. Ich so, was? So entspannt geht das auch? Und dann ging das immer weiter. Und er hat uns erzählt, wie seine Sicht ist, wie wir auf die Welt kommen und was dann unsere Aufgaben sind. Und ich bin dir dankbar dafür, dass du das gerade so vorgelesen hast, weil ich habe da lange nicht mehr darüber nachgedacht. Er sagt, wir sind alle in einem Fluss. Alle Seelen sind zusammen in einem Fluss. Und dann kommen wir auf die Erde und dann fällt ein Tropfen auf einen Stein mitten in diesem Fluss. Und aus dieser Trennung von allen anderen erleben wir uns als ich. Er sagt, diese Trennung gebiert Ego. Und dann gucken wir uns um, weil das ist furchtbar, getrennt zu sein von allen anderen. Weil vorher waren wir da und es war sehr schön. Und so ist also unsere erste Erfahrung, das Getrenntsein von allen anderen. und finden uns wieder in unserem Körper. Das heißt, Ego gebiert den Verstand. Der Verstand blickt sich um, merkt, ich bin in dem Körper. Verstand gebiert die Sinne. Und mit den Sinnen fangen wir jetzt an, irgendwie diesen Tropfen wieder zurückzubringen zum Wasser. Damit wir endlich wieder da sind, wo es sich gut anfühlt. Und es kann sein, dass dafür völlig unproduktive Wege verwendet werden. Es kann zum Beispiel sein, dass bestimmte Substanzen, nehmen wir die ganzen Opiate her, die machen ein Gefühl, wie das dieser Schmerz weg ist, dieser Schmerz des Getrenntseins. Auch Sex wird manchmal als der kleine Tod bezeichnet, der Orgasmus. Das kann auch sein, dass so eine Sucht nach Beziehungen, nach Verschmelzen in dem anderen dazu führt, dass wir da immer wieder hinwollen und eigentlich gar nicht merken, dass wir nichts weiter wollen, als Tropfen zurückzukommen ins Wasser. Und das ist unsere Aufgabe in seiner Sicht, zu gucken, dass wir die Sinne so verwenden, dass sie uns nicht ablenken von dem, was eigentlich die Aufgabe ist, nämlich auszuhalten, dass wir gerade getrennt sind von den anderen. Und du sagst es gerade, und der Held kehrt heim. Und Ram Dass sagt, wir begleiten einander nach Hause. Und letztlich ist das eine ganz, ganz große Aufgabe, wie wir uns begegnen als Menschen, dass wir einander nach Hause begleiten. Und nach Hause bedeutet, da, wo die Seelen wieder alle zusammenfließen, da, wo der Tropfen, der ich bin, wieder im Fluss ist. Und dafür gibt es Leute, die sind dem zuträglich, und die können mich mit mir und meinem Schmerz leichter umgehen lassen. Und es gibt Leute, die sind abträglich, die verstärken es unter Umständen, weil sie mir Wege anbieten, die gar nicht mich zu mir selber bringen. Und das ist etwas, was mich 20 Jahre geprägt hat und wo ich seit vielen Jahren nicht mehr darüber nachgedacht habe. Aber die Art, wie du gerade den Satz vorgelesen hast, das bringt mich genau zu dieser Geschichte. Und das ist ein ganz großer Kern von Spiritualität für mich. Nämlich erstens, wir waren alle eins. Zweitens, wir sind getrennt. Drittens, das tut weh. Viertens, ab da versuchen wir, den Schmerz zu reduzieren. Und ganz viel von dem, was wir erleben, wo dann, wenn man es ganz klinisch betrachtet, kann man es Trauma nennen, manches ist kein Trauma, manches ist ein Ace. Also egal, wie wir es jetzt definieren, und manche Sachen sind dann cooler als andere, aber egal, alles bedeutet, dass wir einen Schmerz haben, weil darüber lernen wir die Welt kennen. Primär über den Schmerz. Und dann geht es darum, aus dieser Wunde eine Narbe zu machen. Und das ist dann unsere Aufgabe. Und das ist Heilung. Wenn eine Narbe da ist, kann ich immer noch sagen, vor 20 Jahren habe ich mich hier geschnitten. Aber es brennt nicht mehr, wenn Salz reinkommt. Weil es jetzt eine Narbe ist. Und das ist die Aufgabe, die wir haben. Mit jedem Schmerz, der kommt, einfach immer zu gucken, ist das jetzt eine Wunde, die ich heilen lassen kann? Wen brauche ich dafür? Brauche ich mich vielleicht dafür? Brauche ich jemanden anders, der mir hilft? Und das ist, denke ich, die ganz große spirituelle Aufgabe, die wir haben, mit dem, dass wir in einem Körper sind, der verletzt werden kann. Ja. Ich finde es ehrlich gesagt auch viel schöner, über Narben zu singen, als über Wunden. Ich finde es viel heilsamer, ich will nicht sagen authentischer, aber damit habe ich den Sinn irgendwie schon da drin. und die Wunde ist nicht die ganze Zeit offen. Der Kern interessiert sich auch niemand für deine Wunden. Die Leute interessieren sich dafür, wie hast du es geschafft, aus der Wunde eine Narbe zu machen? Das ist die Story. Und das ist das, was der Held nach Hause bringt. Der Held, der hat zwischendrin die tiefste Hölle, der hat den Kampf, der hat die Bewährungsprobe, der kommt mit Narben zurück. Aber erst dann, wenn er die Narben hat, wenn er uns erzählt, wie habe ich das alles überstanden? Dann ist er interessant. Und dann bringt er das Elixier nach Hause. Und das, was ich an der Heldenreise so schön finde, oder auch an dem Schmerz. Es gibt immer im Coaching diese Phase, wo ein Klient sagt, warum bin ich überhaupt ins Coaching gekommen? Was, was, hätte ich nicht die Box der Pandora einfach zugelassen? So, was tue ich hier? Ich will nicht mehr. Und wenn ich das als Coach höre, kann ich mich, wenn ich ein Verständnis über die Heldenreise habe, zurücklehnen innerlich und wissen, ah, das ist die tiefste Hölle. Und in der tiefsten Hölle oder die tiefste Höhle, da gibt es unterschiedliche Interpretationen von, da stirbt das Ich. Da lasse ich eine Vorstellung von mir, wie sie war, los. Und das tut weh. Aber was halt immer wichtig ist, dass dann nur ein Anteil von mir stirbt. Irgendwie der, der immer da ist oder der, der vielleicht auch Selbstzweifel oder zu viele Selbstzweifel hat oder ich als Angestellter, ich als Nicht-Erfolgreicher, ich als immer treue Seele, irgendein Anteil stirbt, das tut weh. Und dann kommt dieser Moment, wo irgendwas im Innen flüstert. Dass du sagst, steh auf. Geh einen Schritt weiter. Und das ist bei manchen Leuten, dass die dann Kontakt zur Natur haben oder zu ihrer inneren Stimme oder dass es der liebe Gott ist oder sonst was. Aber irgendwas flüstert da. Und das ist immer dieser Kontakt, wo Menschen zu etwas Größerem eine Verbindung aufbauen. und das hilft ihnen dann, daraus zu kommen und eine neue Identität aufzubauen, die vielleicht etwas komplexer, etwas umfassender ist, daraus eine Erkenntnis zu ziehen und die dann im besten Fall nur noch ins Leben zu integrieren. Und das ist für mich ein spiritueller Weg, dass ich mich besser verstehe, dass ich mich besser, oder nicht besser, sondern selber erfahre und dadurch mich im Leben irgendwie navigieren kann. Und spannenderweise scheint jeder Mensch dort einen Zugang zu zu haben und eine Möglichkeit zu haben, dieser inneren Stimme oder diesem Kontakt zur Quelle, wie auch immer wir das nennen möchten, zu erfahren. Jeder Mensch, der in eine Heldenreise reingeht und dann in der tiefsten Höhle ist, meinst du? Ja. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass jeder Mensch den Zugang dazu hat. Das liegt vermutlich auch in dem Buch. Ich lese gerade das erwachte Gehirn und sie schreibt halt, jeder Mensch hat die neuronale Veranlagung zu erwachen, zur Erleuchtung, zu einem tieferen Kontakt mit etwas Größerem zu erfahren. Und ich finde das einfach so hochspannend, weil das uns natürlich anders durch Leben tragen kann. So, wenn ich weiß, es gibt etwas Größeres als mein Ego, als mich selbst und das führt mich durchs Leben. So, dann dann habe ich natürlich irgendwie einen Nordstern, an dem ich mich navigieren kann oder so einen inneren Kompass, der einfach, ja, unabhängig ist von allem anderen. Nächstes Zitat? Willst du ziehen? Ja. Ja, du hast noch einen Gedanken? Einspannender Gedanke noch. Ja, ich habe mir gedacht. Und zwar ist doch die Frage bei dem, was du gerade sagst, und wo ist dieses Höre? Wo ist dieses große Gemeinsame zu finden? Ja. Und ich habe die Tage im Interview Fetzen gesehen, wo morgen Freeman gefragt wird. Ja. Sag mal, do you believe in anything like religion? und er guckt völlig irritiert die Interviewerin an und sagt so, I believe in me. Me, God, it's just the same. Und das war gut. Ich glaube, morgen Freeman ist sowieso der Mann kann was. Der hat einige gute Gedanken. Ja, und das ist sicherlich ein Punkt. Das ist ja in uns zu finden, dieses Größere. Ja. Ich komme da nachher noch drauf. Ich habe dafür einen Zettel. Ich freue mich, wenn er rauskommt. Ich habe dafür einen Zettel. Joseph Campbell wieder. Okay, okay, okay. Wir haben eine Heldenreise. Okay, wir drücken über die Heldenreise. Life has no meaning. Each of us has meaning. And we bring it to life. It is a waste to be asking the question when you are the answer. Satz den du. in unseren Topf geworfen hast. Stimmt, der aber auch sehr zu dem passt, was du gerade gesagt hast. Total. Ja. When you are the answer. So. Der Satz geht ja spannend los. Life has no meaning. Ja. Und wir suchen gerne nach irgendwas, was uns höht. Ja. Oh, ich bin dieses und jenes. Oh, ich habe das und das geschafft. Ich habe 15 Kinder. Ich habe drei akademische Titel. Ich habe fünf Firmen hochgemacht. Ja, ja. Und es hat aber keine Bedeutung. Und gleichzeitig, gleichzeitig hat es enorm große Bedeutung. Ja. Das ist der gleiche Zustand. Wenn wir gucken, was wir für den Planeten bedeuten, ist es völlig irrelevant. Ob einer von acht Milliarden mehr oder weniger da ist, es hat keine Bedeutung. Und gleichzeitig hat es die größte Bedeutung. Weil wir Teil sind von etwas, was groß ist. Von einer Energie, die fließt. Von etwas, was größer ist als wir. Ja. Und die Gleichzeitigkeit von unserer Bedeutungslosigkeit und von unserer immensen Bedeutung zu verstehen, da kommt dann der Satz raus, eigentlich erst keine Bedeutung. Und es ist so ein schönes Paradox. Total. Ich erinnere mich an eine psychedelische Erfahrung, die ich gemacht habe, wo einfach diese Aussage kam, es ist alles scheißegal, Mike. Es ist alles scheißegal. Es ist alles egal, was ihr im Endeffekt so sagt, wie ihr es. Ach, alles braucht, alles kann keinen Sinn machen und so weiter. Und ich war so ein bisschen verstimmt danach. Ich dachte, Mann. So. Und dann lag ich draußen. Und es war ein Stern am Himmel. Und ich gucke mir diesen Stern an. Und ich denke, alles ist scheißegal. Und dann gucke ich diesen Stern so an. Und dann kam die Botschaft. Aber das, was du machst, ist ganz wichtig. Ja. Du bist ganz wichtig genau da, wo du jetzt bist. Und beides hat sich komplett real. Und beides hat sich komplett richtig angefühlt. Und ich glaube, das eine schließt das andere auch nicht aus. Life has no meaning. So. Du bist dein Sinn. So. Den Weg, den du gehst, den ziehst du da raus. So. Gleichzeitig ist alles scheißegal. So. Das. Und ich glaube, im Endeffekt gibt es das, was brauchst du halt auch gerade. Brauchst du dieses, okay, einfach Mensch sein. Hier Materie. Und irgendwie mich gut durchs Leben gehen. Und mich nicht ständig die Sinnfrage stellen. Sondern es durch mein Tun kreieren. Und zwischendurch trotzdem innezuhalten. Und zu sagen, okay, welchen Sinn möchte ich denn verfolgen? In welche Richtung möchte ich laufen? Wenn, um in diesem Bild von Mohan zu bleiben. Wenn wir. Von wem? Mo? Dieser Guru, von dem ich vorhin sprach. Ja, ja. Guruji Mohan. Wenn unser Verstand also die Sinne gebiert. Dann nehmen wir die Welt in Dualitäten wahr. Außen. Innen. Hoch. Tief. Dick. Dünn. Dein. Mein. Ja. Na fern. Und deswegen ist unsere Weltsicht, in die wir hineinwachsen, das geht gar nicht anders. Weil unsere Sinne uns das suggerieren, dass dem so sei. Unsere Weltsicht ist eine, die dual geprägt ist. Ja. Und damit gibt es nur entweder oder Räume. Also ich kann entweder ganz bei mir sein oder ganz bei dir. Ich kann in diesem Raum sein oder außerhalb des Raumes. Ja. Was diese spirituelle Suche aber öffnet oder was sich dabei öffnet, und das ist wieder völlig egal, wie das passiert, ob das über ein gelungenes Coaching passiert, ob das über eine Substanz oder über eine Technik passiert, ist, dass sich ein sowohl-als-auch-Raum öffnet. Ja. Dass ich zum Beispiel gleichzeitig wütend und dankbar sein kann. Ja. Oder traurig und geborgen. Ja. Dass es gleichzeitig passieren kann. Ja. Und das, was du gerade als Paradoxie bezeichnet hast, ist erstmal so, aber tatsächlich ist es eben nicht so, sondern es ist nur eine Aufbrechung von dem, wie wir über die Sinne die Welt erleben in den ersten Jahrzehnten. Ja. Das kann auch die ersten acht Jahrzehnte sein. Das ist gar nicht so wichtig. Aber entscheidend ist, dass wir eben so hinein sozialisiert werden durch unseren Körperwissen, Körperwissen und die Paradoxie ist die Auflösung von dem, was wir denken, wie die Welt funktioniert. Weißt du, das finde ich immer das Schöne, weil dieses Mach aus einem Entweder-Oder-Ein-Sowohl-als-Auch ist ja ein so ein ganz klassisches Standardding, das man im Coaching nutzt. Und daran sieht man, in all diesen Dingen, die wir auch tun, auch als Menschen, steckt überall Spiritualität drin. Und ich finde es irgendwie wichtig, dieses Thema alltagstauglich zu machen, dass es ein alltägliches Gespräch drin ist und dass wir, das wäre so mein Traum einfach als Kultur, das als ganz normales Thema haben, ohne in dieses, meins ist richtig oder meins ist richtig, was halt einfach, glaube ich, auch stark durch diese, durch die ganze Religiosität irgendwie geprägt war, dass Spiritualität meistens mit Religion assoziiert wird, wobei das ja schon zwei unterschiedliche Dinge sind, Religion sind Camps, so spirituelle Camps, wo man sagt, okay, ich habe das Camp und hier geht es viel um Nächstenliebe, hier geht es viel um Vertrauen, hier geht es viel um vielleicht Aufopferungen oder um die Ich-Auflösung, das Loslassen, aber im Endeffekt steckt ja immer dieser eine Kern dazwischen, ein Kern, der alle miteinander verbindet und wo jeder Mensch einen intuitiven Zugang zu finden kann und das uns einfach gut tut, wir brauchen das. Wir brauchen das als Mensch, das gibt uns Leben und da würde ich mir total wünschen, eine viel größere Kultur zu haben, ohne dass Spiritualität dieses Buzzword ist. Mir wurde es häufig gesagt, das ist ja so ein Buzzword gerade und alle sind spirituell und spirituelles Bypassing und so. Ich nehme das nicht als Buzzword wahr, ich nehme das nicht, das sollte doch ein ganz normales Thema sein, worüber wir reden, das ist total wichtig. Glaube, Sinn, Spiritualität. Und wie schön ist es doch, dass es da eine gemeinsame Wahrheit gibt, die uns alle miteinander verbindet. Wenn du möchtest, habe ich dafür einen Erklärungsversuch. Bitte. Das ist auch ein westliches Phänomen und zwar letztlich, wenn du so möchtest, ist es eine kantianische und hegelianische Tradition. Das musst du direkt definieren, ich bin jetzt sonst draus. Also wenn du, wir nehmen Kant, weil es ein Satz am einfachsten ist. Ach, eine kantianische und eine? Genau, und Hegel. Okay, Kant und Hegel, wer ist Hegel? Wir sind auch so einer von den Philosophiebrüdern. Okay. Ich sage dir in einem... Hegel, der gute alte Philosophiebruder. Ja, okay, ja. Nicht meiner, nicht meiner, aber ich habe einen alten Freund, der Philosophie studiert hat und der jetzt an einem Institut für, also eine ethische Stelle hat, also als Ethiker und das ist super interessant, weil ich mal mit ihm vor einiger Zeit eine Diskussion hatte und er gesagt hat, ob der Mensch jetzt eine Seele hat, das weiß man auch nicht ganz genau. Und ich so, what? Weißt du, du hast ein Kind, du bist verheiratet, du kannst mir doch nicht erzählen, dass du keine Seele hast, du erlebst doch Liebe, du erlebst doch Nähe. Und wir haben aber eine gewisse Entmystifizierung des Lebens gehabt durch die Aufklärung und Kant ist halt so der Posterboy der Aufklärung. Und er kommt natürlich auf extrem schlaue Gedankengänge, wie man mit anderen Menschen umgeht, alleine aus der Ableitung, aus dem Verstand. Und das ist schon, sagen wir mal, von unserer Denkkultur ein ganz wichtiger Schritt im Vergleich zu dem, was vorher war. Ich möchte einen Zettel, darf ich das? Einen Zettel vorweg nehmen, den ich aufgeschrieben habe, weil ich den total wichtig finde. Ich weiß nicht, in welchem Topf er gerade steckt. Und zwar, Spiritualität verhält sich zu Religion wie Ethik zu Moral. Und das bedeutet, wenn wir erstmal die Unterscheidung machen zwischen Ethik und Moral. Moral ist, dass du Werte bekommst von außen, ein Wertekonstrukt und in dem lebst du. Zum Beispiel die Zehn Gebote. Da drin steht, du sollst keine anderen Menschen umbringen. Das ist eine Top-Idee. Kann mir jetzt gar nicht so viel dagegen sagen. Es gibt aber Situationen, wo es angezeigt ist, Menschen umzubringen. Wenn der dich zum Beispiel bedroht und dein Leben in Gefahr ist, das wird durch die Zehn Gebote gar nicht mehr so richtig abgebildet. Das heißt, du kommst dann in ein moralisches Dilemma. Und die Dilemma-Forschung zeigt uns, dass es einfach verschieden reife Antworten auf Dilemmata gibt. Und am Schluss von dieser Entwicklung, und das schaffen wir ja gar nicht alle als Menschen, sondern manche bleiben auf Vorstufen stehen. Am Schluss kannst du zu so einer Art Universalethik kommen. Ähnlich wie Kant das eben erreicht hat. Das ist ja erstmal ganz toll. Das heißt, es gibt eine Art... Universalethik. Universalethik. Das heißt, dass das, was in deinem Kopf passiert, wirklich das ist, wo alle sagen würden, das ist jetzt ein richtiger Weg, auch wenn dieses und jenes passiert. Und das Dumme ist, da gibt es aber ganz verschiedene Anhalts zu interpretieren. Wenn du zum Beispiel jemanden hast, der eine Ethik hat, die vom Beginn her kommt, also zum Beispiel alle Menschen werden gleich behandelt. Und jemand anders hat zum Beispiel eine utilitaristische. Das heißt, alle werden so behandelt, dass die wenigsten Leute Schaden haben. Das sind völlig verschiedene Herangehensweisen. Beide sind total ethisch fundiert. Beide kommen zu unterschiedlichen Schlüssen. Und ich denke, oft in der Politik und in Religionen ist es ein Clash zwischen diesen zwei, also deontologischer Ethik und utilitaristischer Ethik. Die sind nicht vereinbar. Sie geben aber beide valide Antworten auf die gleiche Situation. Aber du kannst zwei Menschen, die unterschiedlich argumentieren, nicht zusammenbringen. Das ist Ethik. Moral ist aber eine Stufe vorher nämlich ein bisschen einfacher. Wenn ich nämlich dann eine Frage habe, wie gehe ich damit um, dann schlage ich einfach zum Beispiel, weil wir hier im Westen die Bibel haben, die Bibel auf und da steht drin, du sollst nicht töten. Alles klar, dann töte ich nicht. Zum Beispiel gab es mal diesen Gedankengang und da hat das ZDF auch einen Film dazu gemacht, wo die Zuschauer abstimmen durften dabei. Hier ist ein Flugzeug mit einem Entführer und die fliegen aufs Regierungsviertel in Berlin und jetzt steigt ein Kampfjet hoch. Darf der dieses Flugzeug abschießen und 450 Leute sterben oder darf er nicht und eine unklare Zahl plus die 450 aus dem Flugzeug sterben, weil der Entführer hat angekündigt, er kracht das ins Regierungsviertel. Und eine ganz knappe Mehrheit hat gesagt, nein, er darf das nicht abschießen, weil wir eine solche deontologische Ethik haben, in der wir sagen, wir dürfen nicht töten. Und die nimmt nicht in Betracht, dass wir dadurch aber mehr Schaden machen, indem wir uns an der Oberfläche unschuldig halten. Indem wir nicht töten, schaffen wir es, dass noch mehr Menschen sterben. Das wird aber in dieser Ethik, weil die von vorne her denkt und nicht vom Ergebnis her, nicht betrachtet. Das sind also ethische Dilemmata, mit denen man arbeitet. Und jetzt zurück zu Religion und Spiritualität. Auf den Bogen bin ich jetzt sehr gespannt. In der Religion hast du festgelegte Werte, nach denen du dich verhältst und dann gibt es eine In-Group und eine Out-Group und wenn du dagegen verstößt, bist du raus. Du kannst wahrscheinlich 98 Prozent von allen Entscheidungen in deinem Leben sehr gut mit Moral, beziehungsweise mit religiösen Vorgaben wirklich gut klären, hast wenig Aufwand und kannst deinem Tag weiter nachgehen. Das wird aber aufgelöst, sobald du dich mit dir als spirituellem Wesen auseinandersetzt. Es gibt keine Out-Group mehr. Es gibt auch keine In-Group, es gibt bloß noch dich halt. Und damit musst du was finden, was dich in Bezug setzt zur Welt. Und das ist Ethik, beziehungsweise das ist Spiritualität. Du verlässt die Sicherheit eines vorgegebenen Wertekonstruktes. Und diese initiale Destabilisierung, die du hast, wenn du anfängst spirituell zu denken, die du hast, wenn du in eine Therapie gehst, hast du auch eine initiale Destabilisierung, wenn du anfängst mit psychedelischen Substanzen zu arbeiten, ist die gleiche wie die, wo du sagst, die moralischen Gefüge genügen mir nicht. Ich bin in einer Situation, wo ich ein Dilemma habe und ich muss jetzt zu etwas kommen, was ein anderer Gedankengang ist, als alles, was ich bisher hatte. Und das ist sehr, sehr anstrengend. Und das ist existenziell natürlich auch. Und das bedeutet nämlich auch, dass du dich loslässt von dem, wo du herkommst. Und das ist existenziell. Genau so ist es. Ich hatte vor kurzem noch eine Begleitung hier bei PEG, wo auch eine Teilnehmer gesagt hat, das bin ja nicht mehr ich. Das ist ja jetzt so, ich habe, die Person war immer die Person, die geraucht hat. Und dann plötzlich raucht sie nicht mehr und dann kennt sie sich gar nicht mehr in dieser Identität und alle. Und plötzlich, doch, das System kennt sie nicht mehr. Und dann, wer bin ich denn dann und was ist das? Und wenn dir diese Schichten weggerissen werden und sich das auflöst, womit identifiziere ich dann mich dann? Und dann wird es halt auch spannend, mit welchen, und das, wo ich probiere so ein bisschen den Bogen zu schlagen von dem, was du gesagt hast, dann ist natürlich da noch die spannende Frage, mit welchen Werten, mit welcher Moral möchte ich mich denn auseinandersetzen? Womit möchte ich mein Ego? Oh ja. Womit möchte ich mein Leben quasi füllen? An was reibe ich mich? Ja. Was lasse ich hinter mir? Ja. Genau. Letztlich, wenn du in der Philosophie, aber auch in der Spiritualität, es geht um drei Fragen. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Und was kostet es? Und das ist ganz, ganz wichtig, diese drei Fragen für sich zu klären. Dieses, wohin gehe ich? Da kann was ganz Nehalistisches draus werden. So ist es doch eh egal. Wir verschwinden, wir werden von Würmern zerfressen. Das, finde ich, nimmt die Bedeutung des Menschen und des individuellen Seins ganz viel weg. Das halte ich für einen seltsamen Weg. Tatsächlich gibt es philosophische Denkrichtungen, die das bis zum Ende so durchdeklinieren. Dann ist aber auch Bums. Dann muss ich auch nicht mehr morgens um sieben aufstehen zum Arbeiten beispielsweise. Dann muss ich auch keine Kinder mehr in der Welt sehen, weil eh alles egal ist. Aber auch die Frage, woher komme ich denn? Bin ich ein geliebtes Geschöpf Gottes und er hat die Welt erschaffen, damit ich sie mir untertan machen kann? Das bedeutet ganz viel für meine Art und Weise, wie ich ein Unternehmen führe, wie ich mit meiner Familie umgehe, wie ich mit meinem Garten umgehe. Oder aber bin ich entstanden als ein zauberhaftes Element von einem ganz großen Kosmos, der sich entwickelt hat? Und darf ich dankbar und bescheiden meinen Teil beitragen und nicht zu viel kaputt machen dabei? Das Schöne ist, das lässt sich auch verändern. Das lässt sich verändern. Woher komme ich? Das innere Bild meiner Vergangenheit kann ich definitiv verändern. Das kann ich. Auch das, was es kostet, kann ich machen. Ja. Aber ich glaube, wenn wir dieses haben, ich breche das mal ganz wieder runter, plane of coaching jetzt. Okay, was ist meine Ausgangssituation? Was ist meine Wunschsituation? Und wie komme ich dorthin? Und was kostet das? Und das ist, glaube ich, auch dieser Part, der manchmal vergessen wird, wenn es um das Thema Manifestation geht. Oder wenn es um Visualisierung geht oder sowas. Welchen Preis muss ich zahlen, um dorthin zu kommen? So. Und das kann ganz schön heftig sein. Deswegen gibt es, Tim Ferriss hat das gesagt, be careful what you wish for. So. Weil wenn du dir bestimmte Dinge wünschst, dann wird das Universum dir Wege zeigen, aber bist du bereit, den Preis dafür zu zahlen? Und ich habe, ein letzter Punkt noch, ich habe das, ich habe es auch erlebt bei psychedelischen Erfahrungen, wenn Menschen mit einer Intention reingehen wie, geht das? Das ist mir. Dann gibt das Psychedelikum. Und dann knallt es richtig. Und das kann ganz schön Ego nicht nur auflösend sein, sondern Ego-explosiv sein, also Ego-zerstörend. Und da habe ich heftige psychedelische Erfahrungen erlebt, wo Leute wirklich durch übelsten Schmerz durchgegangen sind. Dementsprechend, be careful what you wish for. Und immer diese Frage, bist du, und das nicht aus dem Kopf zu beantworten, sondern wirklich aus der Seele, bist du bereit, diesen Preis dafür zu zahlen und dieses Ziel zu erreichen, was du dir da wünschst? So. Denn nur dann ergibt es Sinn, sich diesen Wunsch zu geben. Einer von den ganz alten Philosophiebrüdern, und ich meine es, was Sokrates hat gesagt, bevor du jemand heilst, frage ihn, ob er bereit ist, das aufzugeben, was ihn krank gemacht hat. Ja, das ist einer der schönsten Sätze, die es geben hat. Oh, total wichtig. Zettel? Absolut. Oder relativ. Interaktion Körper, Geist und Seele. Mentale Symptome als Ausdruck einer spirituellen Krise. Ja, danke schön. Das ist ein Zettel von mir. Du musst dich durch mit dem Mikrofon hier so ein bisschen... Manchmal bist du hier, wenn du Bescheid warst. Ich setze mich besser. An der Seite, genau, dann bist du, glaube ich, gut. Interaktion Körper, Geist, Seele. Mentale Symptome als Ausdruck einer spirituellen Krise. Ja. Zettel von dir. Und das rührt an einem Gedankengang, den ich ganz, ganz lange nicht verstanden hatte. Und zwar dachte ich, wenn es um Spiritualität geht, dass wir Menschen halt einen spirituellen Anteil haben. Und dann kamen verschiedene Einflüsse und ein ganz wichtiger davon war ein Anatomie-Prof, den ich hatte in Erlangen, der noch bei Steiner in der Vorlesung saß. Und einen unglaublich, unglaublichen Zugang hat zu verschiedenen Sachen. Und der hat immer die Anfängervorlesung oder die Einstiegsvorlesung. Das erste, was die Medizinstudenten gehört haben, außer hier ist die Mensa und hier könnt ihr eure Fahrrädschlösser festmachen, eure Fahrräder im Schloss festmachen. Und da hat er immer diese Einstiegsvorlesung gemacht. Die habe ich mir acht oder neun Mal angehört. Ich habe jedes Mal was Neues rausgezogen. Und das, was ich gelernt habe von Ron, ist, dass wir Körper, Geist und Seele haben. Er sagt, also der Körper ist das, was du anfassen kannst. Klar, der Geist ist das Informationssystem, was dabei ist. Die Seele hat eine elegantere Formulierung gehabt. Aber das ist der Rhythmus in unserem rhythmischen Transport- und Verteilungssystem. Er sagt, die Seele ist das Wollen. Zum Beispiel dein Longing vor deinem Hingezogenwerden zu einem anderen Menschen. Das kann die Seele sein. Aber auch, dass du Hunger hast. Dass du deine Bedürfnisse befriedigen willst. Also all das, was aus diesem rhythmischen Transport- und Verteilungssystem, und das ist Herz, Lunge, Darm, wenn man so möchte. Was da rauskommt, das ist für ihn die Seele. Gehirn nicht? Nein. Überhaupt. Für ihn hat die Seele mit dem Gehirn gar nichts zu tun. Aha, interessant. Sondern das Gehirn ist nur dazu da, eine Informationsleitung zu machen. Das heißt nicht, dass das Gehirn oder das Nervensystem nichts damit zu tun hat. Aber irgendwie muss ja die Information vom Bauch auch raufkommen. Und da muss der Geist halt irgendwas machen. Genau, und der Geist muss dann den Kühlschrank aufmachen. Und die Hand muss dann da hingehen. Also das ist das, wie es zusammenhängt. So, und dann sagt er dieses Körper, Geist, Seele. Und dann sagt er, aber wo ist die Spiritualität? Und der Punkt ist, wir sind nicht Menschen mit etwas Spiritualität, sondern wir sind spirituelle Wesen mit einem menschlichen Körper. Und euer menschlicher Körper hat übrigens hier diese anfassbare Form, einen Geist als Informationssystem und er hat die Seele über das rhythmische Transport- und Verteilungssystem. Und das war ein ganz neuer Gedankengang für mich, der aber ganz viel erklärt hat. Das bedeutet eigentlich, wenn ich mich zu einem anderen Menschen hingezogen fühle, dann deswegen, weil das spirituelle Wesen in mir mit diesem spirituellen Wesen in ihm Kontakt haben möchte. Wenn ich mich zurückziehen will, dann weil mein spirituelles Wesen gerade Ruhe braucht. Und dafür nutzt es den Körper, um rauszugehen. Dafür nutzt es den Geist, um die Worte zu finden. Aber vorher ist da so ein Ziehen, das sagt, lass mir bloß mal Ruhe. Das heißt, wir sind keine menschlichen Körper mit einem spirituellen Wesen, sondern wir sind spirituelle Wesen mit einem menschlichen Körper. Und das ist die Voraussetzung, dass wir diesen Gedankengang überhaupt sagen können. Aber wir sind eben so in unserer subjektiven Erfassung der Welt als Körpermenschen, dass wir denken, dass das die Realität ist. Aber es ist ja auch kein, es gibt ja auch, wir haben ja kein allgemein Verständnis von der Kultur eines Ego-Tods. Also dann ist es natürlich auch schwierig, mehr als über unser eigenes Ego hinauszugehen, als über den Geist und unseren Körper. Also ich finde das ganz schwierig. Natürlich. Weil ich kann erst drüber hinausgehen und mich als spirituelles Wesen auch erkennen, dass es in meinem menschlichen Körper ist, wenn mein Ich sterben kann. Das heißt, wenn ich mich wirklich verändere. Wenn ich in einer neuen, weil nur dann, also das ist ja, die größte Angst ist vorm Tod. Warum? Weil wir nicht verstehen, dass unser Ego eigentlich sterben möchte oder zumindest stirbt. Und es nicht immer um den physischen Tod geht. Aber dafür haben wir ja keine allgemein Verständnis in der Kultur. Oh nein, weil wir natürlich hier im Westen sehr unser spirituelles Verständnis aufgebaut haben auf der christlichen Religion. Und in der christlichen Religion ist Zeit linear und es gibt einen Tod und dann gibt es ein Leben nach dem Tod und du strengst dich dafür an, dass du im Leben nach dem Tod irgendwie ein geiles Leben hast. Es gibt andere spirituelle Richtungen, in denen ist Zeit überhaupt nicht linear, sondern da ist sie zirkulär. Ich finde das am schlimmsten bei Pubertierenden. Also das finde ich so schade, dass da die Suizidraten, glaube ich, knapp, ich weiß es nicht, ich glaube, sind die am höchsten, weißt du das? Also bei jungen Menschen auf jeden Fall, sind die Unfalltode und die Suizide sind die zwei Haupttodesursachen. Bei jungen Männern noch mehr als bei jungen Frauen. Ja, und bei der Pubertät hast du ja genau dieses mein altes, ich grenze mich ab, mein altes Ich stirbt und so kann ich mein eigenes neues Ich finden. Und das ist ja ein spiritueller Prozess in sich. So, und wenn die Suizidraten dort am höchsten sind, könnte das ja einen Hinweis dafür geben, dass wir einfach kein Verständnis dafür haben, dass da eigentlich mein altes Ich sterben möchte und es geht nicht um ein physisches Verlangen, sich das Leben zu nehmen, sondern da möchte ein innerer Anteil von dir sterben. Und ich glaube, das ist wirklich einfach auch teilweise eine Wissenslücke. Ja, und es ist Biochemie auch. Also unsere Neuroentwicklung. Unser soziales Funktionieren hängt damit zusammen, dass unser Frontalhirn uns dämpft. Also eigentlich ist Dämpfung das, was uns ausmacht als sozial interagierend funktionierende Wesen. Wenn das wegfällt, dann machen Leute zum Beispiel seltsame Sachen, werden spielsüchtig oder irgendwelche Impulskontrollstörungen langen, im vorübergehenden Leuten an die Brust oder machen andere Sachen, die einfach unüblich sind im gediegenen sozialen Miteinander. Und das Frontalhirn entwickelt sich als letztes. Das heißt, wir haben hier einen Weltschmerz, der zusammenpasst mit einer Impulskontrollstörung. Also das kommt gleichzeitig. Und das ist natürlich ein Problem. Weil dann, wenn du eine Impulskontrollstörung hast, dann kann halt der Impuls sein, dann bringe ich mich halt um und dann magst du es auch noch. Das ist natürlich einfach ein ungünstiger Zeitpunkt im Leben. Und später reift dann das Frontalhirn und dann kann man anders damit umgehen, dann kann man eben reife Entscheidungen treffen. Dann kann der Schmerz immer noch da sein, aber dann ist nicht mehr die erste Idee, dann bringe ich mich halt um. Also die Leiden des jungen Wärter, der verliebt war und dann bringt er sich um. Also bitte, das fühlt sich immer ganz schlimm an, wenn wir das erste Mal Liebeskummer haben. Übrigens, weil da wir die, ich möchte Illusionen sagen, ja, ich möchte Illusionen sagen, da haben wir kurz die Illusion, dass wir unsere Abgeschiedenheit, unsere Abgetrenntheit auflösen können, indem wir ganz eng verschmelzen mit einem zweiten spirituellen Wesen. Aus irgendeinem Grund, weil sie zum Beispiel weckt sie zum Studieren oder sowas oder jemand anderes Tollen kennenlernt, mit dem sie auch verschmelzen möchte, löst zum Beispiel dann mein Gegenüber diese enge Verbindung auf, die mir endlich meinen Schmerz wegnimmt, dass ich getrennt bin von allen Seelen. Natürlich ist das schlimm. Natürlich ist der erste Liebeskummer existenziell bedrohlich. Boah, meiner war übel. Ich weiß nicht, ob es bei dir ging, aber mein erster Liebeskummer war, glaube ich, die größte, mein größter subjektiver Schmerz, den ich empfunden habe und gleichzeitig, glaube ich, das Beste, was mir passieren konnte. Also da ist bei mir alles losgegangen. Da habe ich auch mein erstes Lied geschrieben. Erster Song. Mein erster Song. Und dann ist das Thema Persönlichkeitsentwicklung gekommen. Und darüber sind dann auch, damit ist alles tatsächlich begonnen. Ja, witzig. Das spricht Bände über unsere Art und Weise, das Leben sinnvoll zu nutzen. Ich habe nach meinem ersten Liebeskummer das erste Mal ein Glas Whisky getrunken. Props an dich. Du hast das einfach ein ganz kleines bisschen reifer umgesetzt. Funktionaler, ne? Das kann sein. Inzwischen trinke ich überhaupt kein Whisky mehr. Das stimmt. Das stimmt. Sehr gut. Aber damals war das für mich offensichtlich ein legitimer Weg. Strategie. Strategie, genau. Du bist ja, wir sind ja auch ein bisschen zeitlich auseinander und da war vielleicht auch einfach, also man muss schon sagen, also wir sind glaube ich so 15 Jahre auseinander und in den 15 Jahren ist Persönlichkeitsentwicklung definitiv cooler geworden gesellschaftlich. Ja. Also wesentlich cooler auch. Also wenn ich mal diese 15 Jahre da auseinandernehme, Meditation war lange Zeit sehr uncool. Jetzt ist es irgendwie, dass du uncool bist, wenn du nicht meditierst. Also da hat sich schon einiges getan. Überdenk mal an Veganismus und all diese Sachen, die sind in den letzten Jahren schon echt krass gewachsen. Ja. Und das sind spirituelle Praktiken? Naja, ich meine zum Beispiel vegan, wenn alles eins ist, dann kannst du nicht mehr Tiere essen. Also das ist schwieriger. Oder du gehst auf jeden Fall ganz anders dran, weil wenn du dich auf Augenhöhe mit diesem Lebewesen siehst, dann und du denkst, ich bin du, du bist ich, das sind ja, wir sind alle miteinander verbunden, dann kann ich dich schwierig essen. Ja, dann möchte ich nochmal von das, was ich vorhin so weit ausgeführt habe, nochmal zusammenbringen auf wirklich einen Punkt, wenn deine Philosophie ist, ihr seid die Krone der Schöpfung, macht euch die Erde untertan, weil es ist völlig bumms egal, wie ich mit Tieren umgehe, dann dienen die mir. Und deswegen sehen wir gerade, was wir sehen, wie Tiere produziert werden. Und wenn du aber dann diesen Schritt weiter gehst und guckst, ich bin ja Teil davon. Wenn ich was töte, dann passiert ja auch was in mir. Wenn ich mich nähere mit irgendwas, dann nehme ich die Energie auf. Das klingt vielleicht ein kleines bisschen durchgeballert, aber es gibt einen Unterschied, wie sich das anfühlt. Fast Food zu essen zum Beispiel, was das mit dir energetisch macht. Und Rohkostobst, da passiert was anderes. Und das sind halt gleichzeitig, das sind komplett unterschiedliche Werte ebenen. Ja. Ich bin immer sehr vorsichtig mit, das eine ist besser als das andere. Also das passiert schnell. Ja, ich bin, alles ist miteinander verbunden und deswegen ernähre ich mich jetzt so. Und ja, ich esse Fleisch und ich sage halt, ich bin das stärkere Lebewesen. Das ist immer für mich sehr schwierig, zu sagen, das eine ist irgendwie besser. Dieses eine Wertekonstrukt hat vielleicht ein höheres Bewusstsein. Also ich muss dafür ein paar Dinge, glaube ich, im Spiel des Lebens intensiver durchgespielt haben, um dort hinzukommen. So als, da gibt es ja auch unterschiedliche psychologische Konzepte, die diese Ebenen beschreiben, Graves Ebenen wären oder sonst was. Aber ich sage, das ist nicht unbedingt das eine, das ist nicht unbedingt besser als das andere. Weil in dem Bewusstsein, wenn ich denke, ich bin der Stärkere und ist es in dem Moment richtig. So. Und ich kann ja, weil ich weiß, ich habe da auch genau, also ich kenne die Denke und ich habe nicht in dem Moment gedacht, dass es falsch ist. Und ich glaube auch, ich würde auch niemals diesen Menschen das vorwerfen wollen. Überhaupt gar nicht. Tatsächlich, wenn jetzt hier ein Bär reinkommen würde, dann würde ich natürlich versuchen, den Bär zu töten. oder irgendwas anderes halt. Also ich würde nicht einfach sagen, hier Bruder Bär, wie gut, dass wir beide friedlich miteinander koexistieren können. Besser nicht. Sondern das ist einfach ein anderer Knack. Es hängt immer mit dem Bewusstsein zusammen. Es gibt eine, also in manchen indianischen Stämmen, habe ich es gelesen, gibt es die Tradition, sich bei dem Tier, was man gleich isst, zu bedanken. Danke, Schwester Forelle, dass du mich satt machst, dass du mich näherst. Das ist ganz was anderes, als zu sagen, drei Big Mac bitte und zwei Coke. Ja, fuck. Das ist einfach eine andere Art, bewusst damit umzugehen, wie interagiere ich mit der Welt. Scheiß McDonald's. Nee, will ich gerne. Also irgendwas. Jetzt habe ich Big Mac gesagt. Das tut mir leid. Ich sage gerne Scheiß McDonald's. Ich möchte niemanden konkret dessen. Ich möchte nur aufmerksam machen, dass es eine bewusste Art gibt, mit der Umwelt zu interagieren, über unseren Darm, und es gibt eine unbewusste Art. Und es gibt nie richtig oder falsch. Es gibt Momente, wo es vielleicht so sein wird, dass ich wieder irgendwas Tierisches esse, weil das das Richtige ist. Es kann aber auch sein, dass ich mich in dem Moment genau dagegen entscheide, weil das das Richtige ist. Es muss einfach eine bewusste Entscheidung sein. Und das hat dann schon was zu tun mit dem, wie es uns geht. Das verändert was an der Zusammensetzung, wie sind unsere Mikronährstoffe, wie sind unsere Vitamine im Körper. Da machen wir eine eigene Podcast-Folge zu. Das gehört aber dazu. Das ist alles eins. Alles ist eins. McDonald's. Super Geschäftsmodell. Aber scheiß Produkt für die Gesellschaft. So. Nee, den will ich nicht. Soll ich dann? Nee, du darfst. Warte, ich guck mal. Es war schwer, den Kampf ums Überleben zu gewinnen. Aber es ist zehnmal härter, den Kampf um Sinnhaftigkeit zu gewinnen. Den finde ich echt interessant, ne? Das ist von dem weltweit besten Jiu-Jitsu-Trainer. So. Der, ich glaube, Philosophie, ich weiß nicht, ob er einen Doktor in Philosophie hat, aber auf jeden Fall, glaube ich, Philosophie studiert hat. Und du musst dir vorstellen, Jiu-Jitsu ist halt ein, Jiu-Jitsu bringt dich auf sportlicher Ebene extrem mit deinem Ego in Kontakt. So. Weil du, ne? Bei Jiu-Jitsu ist das Ziel, den anderen, ich sag mal, zu erwürgen oder irgendwie in eine Position zu bringen, dass du, ich weiß nicht, in den Arm brichst oder sonst was. Und, äh, im besten Falle tappst du aber vorher. Und wenn du tappst, gibst du ja auf, ne? Du surrenderst. Und wenn dein Ego zu stark ist, dann verletzt du dich halt recht schnell. Das heißt, du wirst gerade im ersten halben Jahr eigentlich ständig, weil du verlierst nur, ständig mit deinem Ego in Kontakt gebracht und du musst aufgeben, du musst loslassen, du musst, du musst surrendern, du musst aufgeben. Und, äh, und das lehrt mir über den Körper sehr, sehr viel, um, äh, mit meinem Ego in Kontakt zu sein. Und, ähm, erdet einfach sehr. Und diesen, als er dann gesagt hat, äh, den Kampf ums, es war schwer, den Kampf ums Überleben zu gewinnen, weil den haben wir zum größten Teil auf der Erde so geschafft. Und jetzt sind wir halt am Punkt der Sinnhaftigkeit. Und der ist zehnmal so schwer. Was denkst du? Bullshit? Ja? Nein? Also, ich bin dir dankbar, dass du mir den Hintergrund gegeben hast, von wem der Satz kommt. Ja. Das sortiert das für mich ganz anders ein. Ich habe überhaupt null Kontakt mit Kampfsport gehabt in meinem Leben. Ich habe anderen Sport gemacht. ich bin viel geschwommen. Ja. Und das, was wir damals gemacht haben, ist Rettungssport. Das heißt, wir haben gelernt, wie kann ich Puppen vom Boden hochholen und so Zeug. Völlig andere Ausrichtung. Das ist eher eine Ego-Inflation, die dabei stattfindet. Da bist du nämlich der geile Typ. Ja. Super interessant, welche Demut du aus der, aus diesem Hereingehen in diesen Sport und aus der, aus dieser regelmäßigen Praxis daraus ziehst. Naja, aber man muss auch einfach mal schauen. Also der, ich meine, einerseits denken, sehe ich das immer wieder. Die Menschen haben so ein Gefühl von, ach, wenn ich nach, keine Ahnung, wenn ich in Kriegsgebiete schaue oder wenn ich gucke, wie es in wirklich armen Ländern ist, wie gut geht es uns eigentlich. Das ist so ein kurzer Moment. Aber, wie viele Menschen haben wirklich in dieser Welt, wo es und wo wir die Sicherheit gewonnen haben, trotzdem Einsamkeit, trotzdem irgendwie gefühlt mehr Stress mehr Kummer, mehr und so weiter. Und durch Sinn löst sich, glaube ich, das meiste davon auch. Wenn ich ein tief, sinnerfülltes Leben führe und diesen Sinn auch fühle, löst sich viel Kummer, viel Schmerz, also, oder wird gut ertragbar. Aber wie viele Menschen haben das, also, haben das gemeistert? Also, ich finde es einfach spannend, ich weiß auch nicht, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich diesen Satz zunicken möchte oder ob ich sage, ich weiß nicht, der Kampf um das Überleben war auch schon ganz schön schwer. Ja. Wir leben tatsächlich in einer ganz netten Umgebung gerade. Wir haben hier recht wenig Krieg gehabt im letzten Jahrhundert. Danke, danke, danke. Wir leben aber mit Menschen, die das erlebt haben. Und ein ganz großer Konflikt, den ich habe, ist, mit Menschen aus meiner Familie liebevoll umzugehen, die aus einer ganz anderen Zeit kommen und die ganz andere, basale Erfahrungen gemacht haben, die auch Eltern hatten, die aus einer noch anderen Zeit kamen. Ja. Das heißt, die eine ganz, ganz andere Art oder Summe oder eben Ausrichtung von Schmerz hatten, als ich das habe. Und dann denkst du, hallo, wir leben im dritten Jahrtausend, da kann man sich jetzt schon mal irgendwie hin entwickeln, wir haben noch Zeit dafür. Nein, das ist nicht so. Sondern sie haben das, was in dieser Inkarnation möglich ist, haben sie gespielt und jetzt ist okay, sich zu verschnaufen. Und ich glaube auch, ich glaube, unsere Aufgabe ist es eben auch, mit Schmerzen auseinanderzusetzen, die teilweise auch transgenerational sind, weil wir die Stabilität und die Sicherheit haben, eben dranzugehen. Ja, ganz genau. Ich erinnere mich an eine psychedelische Erfahrung, die ich gemacht habe, wo ich, boah, das ist so heftig. Vielleicht ganz kurz für den Kontext. In einer psychedelischen Erfahrung fühlt es sich so an, als bist du das, auch wenn du vielleicht, also es fühlt sich an, als ich bin diese Erfahrung in dem Moment, damit das Erleben auch möglichst intensiv ist. Und ich erinnere mich, wie ich Augen aufgemacht habe und plötzlich ein Soldat war. Und es hat sich sehr nach Weltkrieg angefühlt. Und wir haben einfach transgenerational diesen Krieg in unseren Zellen noch drin. Und ich war, ich war, ich war quasi Soldat und ich hatte überall Blut an den Händen und es war diese innere Stimme, die gesagt hat, oh, du hast ganz viele Menschen umgebracht und du hast ganz schreckliches Zeug gemacht. Und ich habe diese Bürde gespürt, und dann war die Stimme, die gesagt hat, und jetzt vergib dir dafür. Und ich denke so, was? Wie soll ich das denn machen? Und dann kam eine so große Trauer hoch. Und ich habe gedacht, ah, kein Wunder, dass Menschen Angst vor Psychedelikern haben, weil da durchzugehen hat alles, alles, was ich überhaupt brauchte, von mir abverlangt. Und natürlich, ein Psychedelikum gibt dir das, was du tragen kannst. Also ich war in dem Moment auch ready, das haben andere Menschen, haben ganz andere Erfahrungen, gerade in den ersten Erfahrungen, so. Aber, wo mir auch klar war, boah, was da teilweise für einen Stress in unserem System steckt und was das bedeutet, da durchzugehen, da braucht es schon sehr, sehr viel Sicherheit. Und ich habe dankenswerterweise extrem viel Sicherheit erlebt und habe das Gefühl, okay, deswegen ist es irgendwie auch mein Job, damit aufzuräumen. und dieses emotionale, transgenerationale Muster auch zu durchbrechen, einen Sinn daraus zu ziehen und zu gucken, okay, und wie können wir unser Leben, vielleicht auch unsere Gesellschaft so aufbauen, dass sowas nicht wieder passiert. Wie können wir das weitergeben? Ich habe das Gefühl, das ist schon gerade unsere, also das ist ein großer Teil unserer Generationen, solche Muster zu durchbrechen, und den Sinn daraus so zu implementieren, dass wir noch stärker, noch sicherer, noch empathischer, vernetzter, vor allen Dingen verbundener sind, ja, um präventiv gegen solche schlimmen Erfahrungen entgegenzuwirken. Ich weiß nicht, wie wir da hingekommen sind. Über die Verantwortung, die wir jetzt haben, in einer wirklich ruhigen Gesellschaft. Ja. Ich stimme dir ohne Einschränkung zu und gleichzeitig ist es trotzdem nicht lustig. Nee. Das ist, genau, das kann wirklich ganz anstrengend sein. Ich erinnere mich an etwas, das war, da hast du mich gecoacht in einem Prozess und wir haben da mit meinen Ahnen gearbeitet und das war auch eine enorme Veränderung von meiner Sicht auf meine Herkunft, weil ich da jemanden, der Leid in die Familie gebracht hat, sehr vorher einseitig, bösartig wahrgenommen habe und habe dann aber seinen eigenen Schmerz gespürt. Das war eine unglaublich körperliche Erfahrung und das hat mir sehr den Blick geöffnet für das, was wir in uns tragen von vorhergehenden Generationen und dazu gibt es ja auch in der medizinischen Wissenschaft einfach ganz, ganz viele Hinweise drauf. Oft natürlich nicht so im, das sind ja eher anekdotenhafte Berichte, die wir jetzt gerade hier teilen, die dann wirklich sehr ins Detail gehen und wo wir dann auch so berichten, dass es irgendwie eine coole Story ist und dass es ein schlüssiges Narrativ ist, das ist natürlich so ohne weiteres nicht möglich, aber es gibt ganz greifbare Veränderungen im Stoffwechsel bei Kindern, deren Mütter während der Schwangerschaft auf der Flucht waren und Hunger hatten. Das sind Kinder, die dann fettsüchtig und diabetes krank werden, wenn sie erwachsen sind, weil sie dafür aus, genau, also die Epigenetik, die das beschreibt, sagt ja, wenn wir so das Buch unserer DNA hätten und da steht alles drin, was unser Körper wissen muss, damit er irgendwie klarkommt, dann werden manche Seiten einfach gemarkert und immer wieder abgelesen und dann haben wir zwei Menschen, die haben genau den gleichen Datensatz beispielsweise und sie schauen aber völlig unterschiedlich aus und haben verschiedene Krankheiten. Warum? Weil manche Seiten einfach nicht gelesen werden, andere Seiten im Überfluss immer wieder, immer wieder, immer wieder weil zu irgendeinem Zeitpunkt gibt es verschiedene enzymatische Prozesse, die das machen, einfach diese Seite in Eselohr bekommen hat, eine Neonmarkierung und das Lesezeichen wurde reingelegt und diese Seite wird einfach immer wieder abgelesen und dann haben wir auf einmal einen 50-Jährigen, der Insulin spritzen muss und der kann nur ein bisschen was dafür und der kann auch nur ein bisschen was dagegen machen und so ist es mit vielen Aspekten, dass wirklich handfest physische Konsequenzen sind aus dem, was unsere Eltern erlebt haben. Aber ich habe, also ich erlebe auch immer wieder in, also das habe ich sowohl im Coaching erlebt als auch jetzt im Psychedeligen Coaching, dass wenn wir emotionale Wunden in Bewegung bringen, verarbeiten, dass dann auch auf körperlicher Ebene sich etwas macht und plötzlich, keine Ahnung, Allergien weggehen oder oder die Menschen merken, dass ihr Darm irgendwie besser funktioniert und so weiter. Das heißt, es hat ja nicht nur auf psychischer Ebene einen Einfluss, sondern das wirkt sich auch direkt auf, keine Ahnung, Stoffwechsel und ähnliches dann wahrscheinlich auch aus und das ist ja faszinierend. Es ist interaktiv sogar. Also du kannst dein Mikrobiom verändern durch das, was du isst, aber auch durch das, wie du lebst und dein Mikrobiom verändert, wie du die Welt siehst. Also es gibt Bakterien, die bestimmte Stoffe herstellen, die dazu führen, dass unser Immunsystem stärker wird, die dazu führen, dass wir mehr Serotonin haben im Körper. Das sind Ergebnisse von Stoffen. Serotonin ist auch primär Mikrobiom, oder vor allen Dingen im Darm. Das Darm, genau. 95% des Körperserotonins wird im Darm hergestellt. Nur ist es so, dass wir eine Blut-Hirn-Schranke haben und es ist sicher nicht so, dass diese 95% alle da rüberkommen, aber es ist ein kleines Molekül, das mag schon sein, dass davon was oben ankommt. Das Hirn selber kann natürlich auch Serotonin herstellen. Ich halte es für extrem unwahrscheinlich, dass gar nichts rüberkommt. Aber das ist eine wichtige Achse, die vom Darm kommt. Darm übrigens, um wieder mit Rohren zu sprechen vorhin, ist rhythmisches Transport- und Verteilungssystem. Und ein Hinweis darauf, dass unsere Seele in diesem Rhythmus lebt, ist in dem, wie wir emotionale Zustände beschreiben. Du sagst ja nicht, mir ist eine Laus über einen Frontallappen gelaufen. Du sagst, mir ist eine Laus über die Leber gelaufen. Mir dreht es den Magen um. Nicht die Zirbeldrüse. Mir bricht das Herz und nicht der Großzeh. Der auch möglicherweise. Aber dann ist es sicherlich kein Ausdruck von emotionalem Schmerz. Ja. Ach spannend, ey. Ich finde es auch so krass, dass so viel, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich, transzendente Erfahrungen, das sind quasi Erfahrungen, die über mein Ich hinausgehen, was ja im Endeffekt spirituelle Erfahrungen sind, ganz häufig zufolge haben, dass Menschen danach sich mehr mit ihrer Herzgesundheit oder vor allen Dingen, das ist meistens, was ich beobachte, mit ihrer Darmgesundheit auseinandersetzen. So. Über die Seele in den Körper. So. Das finde ich faszinierend. Der Darm ist ja auch die größte Austauschfläche mit der Umwelt, die wir haben. Ja. Die Haut ist schon groß. Aber der Darm hat ja ganz viele so fingerartige Vorwölbungen und an denen strömt unser Nährstoffbrei vorbei. Ja. Alles, was wir zu uns nehmen, ist erstmal in dieser nach innen gestülpten Außenwelt. Ja. Das ist streng genommen, bloß weil es im Darm ist, ist es noch nicht im Körper. Ja. Sondern die Außenwelt stülpt sich am Mund ein und hinten wieder raus. Ja. Und an dieser riesen Austauschfläche strömt alles vorbei, was wir zu uns nehmen. Ja. Wie wir die Welt verdauen. Ja. Sagen wir auch manchmal. Wenn wir irgendwas Krasses gehört haben, das muss ich erstmal verdauen. Ja. Das braucht einfach eine gewisse Zeit. Es ist auch in der Integration nach psychedelischen Erfahrungen ist Zeit auch ein ganz wichtiger Faktor. Wir müssen manche Sachen erstmal verdauen. Unser Austausch mit der Umwelt geht ganz primär darüber. Ja. Und darum ist ja auch die Debatte über Ernährung oft so emotional. Weil es eigentlich darum geht, wie tausche ich mich mit der Welt aus. Was nehme ich auf von der Welt und was nicht? Ja. Und wie fühle ich mich in diesem Austausch mit der Welt? Das sind ganz existenzielle Fragen. Es geht nicht darum, wo ich meine Bestellung abschiebe. Wollen wir? Gerne. Den Zettel kann ich wegmachen, der passt dazu. Das haben wir schon erledigt. Das haben wir schon erledigt. Yes. Und zwar habe ich vorhin schon mal angedeutet, dass wir in unserer Religiosität, in dieser kirchlichen Religiosität im Westen, viel Zugang verloren haben zu der Spiritualität. Und es gibt eben einen zweiten Aspekt, der eine weichere, eine weniger gut fassbare Zugang zur Spiritualität hat. Das ist der Mystizismus. Den gibt es bei uns nicht mehr. Das ist scary, weil Mystizismus würde dich nämlich zurückwerfen, auf dich als einzelnen Menschen mit deiner eigenen Verantwortung in Kontakt gehen zu können mit dem Göttlichen. Das würde aber eine eine Macht strukturelle Kirche in den Grundfesten erschüttern. Wenn du auf einmal keinen Papst mehr brauchst, um zu Gott zu kommen, das wäre erschütternd. Deswegen wurde in der westlichen Kirche der Mystizismusverband weggeschoben. Aber es gibt natürlich Das ist auch krass negativ assoziiert, Mystizismus, glaube ich. Total, total. Oh Gott, jetzt sprechen die was? Also das ist ja voll. Deswegen, ich bin gespannt, was kommt. Es gibt einen ganz großen Mystiker im Persischen, Rumi. Und Rumi sagte einen Satz und über den denke ich wahrscheinlich mehrmals die Woche nach. Ich finde diesen Satz wirklich wichtig. Du bist nicht ein Tropfen im Ozean, sondern du bist der ganze Ozean in einem Tropfen. Und ich glaube nicht, dass ich jemals präziser zusammengefasst gelesen oder gefühlt habe, was das bedeutet für uns als Teil der Erde mit all ihren Menschen, mit allem außenrum. Und wir... Das sind so Sätze, wo ich erstmal nicht checke. Also ich verstehe das, ich kann das irgendwie kognitiv einsortieren, aber die Bedeutsamkeit oder die Größe des Satzes, wo ich denke, okay, ciao, die ist zu groß, um das hier mit meinem kleinen Hirn zu greifen. zu greifen. Genau. Weil Mystizismus nicht mit deinem kleinen Hirn zu ergreifen ist. Das ist der Punkt. Wenn du so möchtest, kannst du sagen, dass Theologie, die Lehre von Gott, ist Yang. Mystizismus, das Erfahren von Gott, ist Yin. Und wir haben hier halt eine ganz Yang-gesteuerte Spiritualität. Das ist wichtig für eine kirchlich gesteuerte Spiritualität. Das hat auch eine gewisse Bedeutung. Das ist für ganz viele Leute etwas, was Struktur und Halt gibt und Geborgenheit. Das hat wirklich eine gewisse Bedeutung. Gleichzeitig hat das andere eine ganz große Bedeutung und dadurch, dass das abgekappt wurde, steht es uns nicht zur Verfügung. Das ist schade. Das heißt nicht, dass alle Leute jetzt wie Rumi irgendwie auf dem Felsen sitzen sollen und schauen aufs Wasser und überlegen, wer jetzt Tropfen ist und wer Ozean. Das ist nicht für jeden Menschen in jeder Phase des Lebens die richtige Herangehensweise, sondern die ist auch sehr fluffig, sehr wolkig. Das ist etwas, was der Verstand wirklich nicht greifen kann. Wenn du aber gerade in einer Phase in deinem Leben bist, wo es ganz wichtig ist, Struktur hineinzubringen, dann wäre das zum Beispiel der falsche Satz. Wenn du aber in einer Phase bist, wo du eigentlich schon viel zu viel Struktur hast und eigentlich brauchst du eine unmittelbare, saftige Leibeserfahrung deiner Spiritualität, dann ist das vielleicht genau der richtige Satz, weil du den mit dir spüren kannst. Was bedeutet das denn, wenn in dir alles ist? Das bedeutet extrem viel, wie du deinen Körper pflegst zum Beispiel. Das bedeutet auch extrem viel Eigenverantwortung. Oh ja. Oh ja. Und das kann ganz schön anstrengend sein. In dem Satz ist nicht nur Zauber, da glänzt nicht nur die untergehende Sonne über diesem Tropfen aus dem Ozean, sondern das ist auch die Tiefe des Ozeans, die Dunkelheit des Ozeans. Da ist ganz viel Dunkelheit in der Tiefe des Ozeans. Und Angst vor dem, was da kommt. Da ist ganz viel Schatten. Und gleichzeitig, es ist das, was uns nähert. Ja. Und das ist das, wo wir uns gut fühlen und da, wo wir Verbindung bekommen zu uns. Und funky shit, es geht nicht darum, jetzt an die Küste zu gehen und die Füße ins Wasser zu setzen und dann ist es gut. Ja. Sondern es ist schon da. Ja. Und diesen Bezug zu dir zu finden, bedeutet den Bezug zur Welt zu finden. Vielen Dank, dass du bis hierhin mitgehört hast. Der Teil mit Christoph über Spiritualität und mentale Gesundheit ist ein Zweiteiler. Hier ist jetzt vorab ein kleines Ende und ich freue mich sehr, wenn du diesen Kanal abonnierst und dadurch auch die zweite Folge mitkriegen wirst, weil die kommt nächste Woche raus und da haben wir noch einige spannende Themen, die dich erwarten. Vielen Dank und bis nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020